Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Maskulin Mixtape 3 Bundle von Maskulin. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Maskulin Mixtape 3, das Ganze in der Bundle Variante. Wir haben hier einmal das Album bzw. das Mixtape im Super Joule Case und einmal ein Shirt mit dabei. Wir starten wie immer mit dem Album, in diesem Fall ja mit dem Mixtape. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, Super Joule Case, das Ganze 2013 erschienen. Und wie es der Name vermuten lässt, ist es der dritte Teil der Maskulin Mixtape Serie. Wir haben hier auf dem Cover die damaligen Maskulin-Member. Hier vorne dran einmal Silla, dann rechts Animus, dann links Jihad und Flair. Die Verherrschaften bestreiten dieses Mixtape gemeinsam. Maskulin präsentiert DJ Ganji, Maskulin Mixtape 3, Audio Anabolica Edition. Flair, Silla, Jihad, Animus lesen wir hier. Und rund um die Herrschaften haben wir hier jede Menge so Pillendosen, die wohl entsprechend Anabolica beinhalten dürften. Hier an der Seite der Balken in orange-gelb gehalten. Dann lesen wir hier auf der Seite Flair, Silla, Jihad, Animus, Maskulin Mixtape 3. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 15 Tracks an der Zahl, inklusive der Infos, wer diese Tracks jeweils hier beigesteuert hat. Also, die teilen sich auf diese vier Interpreten auf. Den Löwenanteil haben auf diesem Album Animus und Silla übernommen. Flair ist da eher im Hintergrund. Animus hat, glaube ich, die meisten Beiträge hier mit acht Stück. Dann haben wir hier die Credits zum Album, plus die Information, dass wir es hier mit der Amazon Edition zu tun haben. Bedeutet, wir haben dann auch noch eine Instrumentalversion dabei. Vertrieb war über Grooveasek. So sieht das aus. Da haben wir noch einen Barcode. Und Flair in einer maskulinen Collegejacke. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir kommen als erstes zum Booklet, beziehungsweise zu einem Info-Flyer. Flair Blaues Blut-Tour. Die hat 2013 hier vom Oktober bis November stattgefunden. Dann haben wir noch Maskulin Merchandise. Okay, noch ein zweiter Flyer zur Silla Panik in der Disco-Tour. Alles klar. So, aber jetzt kommen wir zum versprochenen Booklet. Das ist so ein Einleger. Hier haben wir einmal DJ Ganji. Und dann haben wir hier nochmal die Tracks des Albums. 15 Stück an der Zahl. Inklusive der Info, wer das Ganze produziert hat. Und natürlich auch, wer den Track gerappt hat. Hier das Ganze mixt bei DJ Ganji. Und hier haben wir noch die Infos, wo das Ganze aufgenommen wurde. gemixt, gemastert, etc. Gut, dann packen wir dieses Booklet, diesen Einleger wieder zurück. Ebenso diese beiden Info-Flyer. Und dann kommen wir zur CD. Die ist in dunkelbraun und orange gehalten. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die angekündigte Instrumental-CD. Also, das Album nochmal in der Instrumental-Version. Hier haben wir noch so eine Palme mit dem maskulinen M. Und dann kommen wir zum Shirt. So, wir haben hier ein Shirt. Und wir haben hier noch eine Info. Und zwar lesen wir hier, was haben wir hier? In der Größe L, Flair, T-Shirt, schwarz, maskulin, Mixtape 3 und ein Barcode. Gut, so sieht das aus. Wir haben hier ein schwarzes Shirt. Mit einem riesigen gelben M. Das klassische maskulin M. Hier unten rechts haben wir dann auch noch einen maskulinen Schriftzug. Und hier unten am Bund auch noch so ein Etikett mit rotem M eingenäht. Neckprint haben wir in diesem Fall keinen. Das Shirt ist von hinten komplett schwarz. Und wir haben es hierbei zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L. 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Und zwar haben wir hier einmal das eben gezeigte Shirt. Das schwarz-gelbe Shirt mit diesem riesen Logo-Aufdruck. Auf der Vorderseite. So wie natürlich das Mixtape, das maskulin Mixtape Nr. 3 inklusive Instrumentals. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Mixtape bzw. dem Bundle. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr maskulin unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.